hi leute und herzlich willkommen hier zurück zu sims 3 wildes studentenleben let's play ja ich habe den letzten tag übersprungen bzw ich habe den part aufgenommen und im schnitt dann gemerkt der part ist echt langweilig also es war halt einfach ein stinknormaler wochentag da ist nix groß passiert und dann habe ich auch noch vergessen ein screenshot zu machen für die thumbnails und dann dachte ich mir dann bleibt es einfach mal weg und ich glaube wir können obwohl es ist ja auch es ist ja jetzt mittwoch das heißt in zwei tagen sind dann die abschlussprüfungen und dann ist nur noch samstag und sonntag glaube ich und dann geht es schon zurück zu zurück nach hause weil dann das erste semester vorbei ist und ich denke ich werde die zeit ich weiß nicht vielleicht könnt ihr mir ja beschreiben ob ihr gerne wollt ob ihr wollt dass ich die zeit die die beiden das werden zwei drei tage vielleicht sein die sie bei ihren eltern verbringen bei ihrer familie verbringen soll ich die aufnehmen oder soll ich die einfach so spielen das könnt ihr mir unbedingt sagen weil ich denke ich weiß nicht was ich machen soll deshalb gott das sieht so ekelhaft aus hier alles ganz dreckig da muss die putzfrau dann wirklich mal ran und arbeiten und das ist ein echt cooles bild geworden hier vielleicht kann emma mal wenn sie hier gerade durchschnittliche anstrengungen ja ist okay dann soll sie nämlich nach dieser vorlesung mal hier zum verwaltungszentrum gehen und nach einem straßenkunst auftrag fragen und kim du solltest vielleicht auch mal lieber in die uni gehen nicht dass du hier noch hallo wie wärs mal mit in die uni gehen komisches mädel ja jetzt musst du dich aber hier beeilen nicht dass du noch nicht dass du noch zu spät zur uni kommst deshalb mache ich da mal gleich ein foto von auch wenn das jetzt gerade nicht so das schönste bild ist vielleicht vielleicht gibt es noch ein schöneres ja das ist doch ganz okay hier dann mache ich das mal eben so ja die mit das sieht lustig aus hier die ich glaube das ist margaret kate aber ich bin mir immer noch nicht ganz sicher weil denn ich habe wieder ein paar tage lang nicht gespielt und ich habe natürlich die meisten namen wieder vergessen so dann mache ich hier mal ein screenshot damit ich auf jeden fall ein habe so und das ist candy mal ist ach mist na gut versuch was wert gut dann geht es jetzt weiter hier ja du musst nämlich unbedingt hart arbeiten denn sie sollen nicht schon wieder die prüfung verhauen das wäre so ärgerlich da muss sie mal vielleicht auch ein bisschen hier mit ihren mit ihrer mobilen radio station sich mal da so ein bisschen auseinandersetzen vielleicht nach der zweiten vorlesung ihr handy ist auch kaputt das soll sie dann mal nach den vorlesungen reparieren und dann am besten noch mal wie ein video stream und ja sonst geht es ja eigentlich ganz gut soweit dann beschleunige ich das hier mal und die man hier so ein bisschen näher ran denn das ist jetzt nicht das aller spannendste hier anzusehen wie die alle in der uni sind die beiden oh ja jetzt ist sie schon gestresst das heißt das wird kein so großer spaß perfekt so wo ist jetzt kim hier auf dieser seite das handy ist repariert super sie möchte treu frances einen liebesbrief schreiben und ihre athletikfähigkeit verbessern wie sieht es denn damit aus das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen gewinne miles als besten freund eine wunderbare party veranstalten und mit dem schreiben eines buches beginnen ja dann entfernen wir doch mal die party und schreiben dann dem lieben treu einen brief und dann geht es auch schon bald los zum nächsten blog für kim auftrags straßenkunst sucht ihr einen platz in der stadt um straßenkunst an zu fertigen ja das machen wir natürlich gerne und sie soll vielleicht dann mal hier beim professor sich einen schleim nicht dass sie hier sich noch den tod holt durch die ganzen du sollst nämlich hier nicht frisbee spielen sondern du kannst mal ein bisschen keybag spielen footbag spielen ich dachte mir vielleicht können wir uns auch mal ein bisschen mit emma beschäftigen und das nicht nur immer kim auf dem ja das ist vielleicht ein bisschen ein blöder ort zum spielen dann jedoch mal hierhin hallo hör auf zu spielen mit dem blöden säckchen da schön hierhin und dann wohl vielleicht dann einfach aha mist hierhin gehen so dass sie dann so zu sagen vor dem panorama ist und jetzt kannst du gigi bag spielen nach footbag heißt das ja okay so ist es in ordnung so es gibt schlimmeres wer ist das ging zu schnell weg dann mache ich hier mal noch ein hübsches fotogen das hat wohl nicht ganz so gut klappt die rennen ja einen komischen umweg das ist nicht so gut der war gut noch einer ich glaube das reicht und was ist denn das hier wunderblatt ach so aber wir können das leider noch nicht abernten wie sieht es denn hier aus auch ziemlich gut eigentlich diese zöpfe sind so schlimm ich würde die am liebsten aus dem spiel löschen die sind so schrecklich also welcher spieleentwickler hat sich dabei irgendetwas gedacht wahrscheinlich niemand aber das war gerade mein bauch gewesen übrigens dann gehen wir mal in die grotte jetzt hast du auch genug gespielt hier und dann kannst du ja mal hier vielleicht ein bisschen was gibt es denn hier zwiebeln lakritz kann man da schon was ernten ja perfekt dann ernten wir mal hier lag lakritz upsa ginseng pfefferminze können wir auch ernten perfekt und sie hat auch ein bisschen hunger dann sollte sie vielleicht mal hier koppelung essen sie hat noch lakritz denn sie kann ja auch mal ein essen verfeinern und da gibt es ja die verschiedenen kräuter haben ja verschiedene eigenschaften also wenn man zum beispiel pfefferminze ist oder ins essen macht dann gibt es hier ein moodlet das ist dieser frische pfefferminz atem wie wenn man sich die zähne putzt und dadurch werden soziale kontakte besser auf schneller aufgebaut und ich glaube bei basilikum wird man schneller befördert bei der arbeit vielleicht könnten wir das hier gibt es hier basilikum das wäre vielleicht ganz praktisch was ist denn aktos tafilos patula ok ja basilikum wäre vielleicht ganz praktisch für kim wenn sie das nächste mal in die prüfung geht oder bevor sie in die prüfung geht am besten dass sie hier noch so ein bisschen besser wird beim professor einschleimen klappt ganz gut so weit vielleicht nach vier stunden ist sie gestresst dann kann sie aber einfach noch mal hart arbeiten denn daheim kann sie sich ja dann entspannen sie so müde ja sie sind leider gestern erst um zwei uhr ins bett gekommen beide emma ist auch sehr müde das ist nicht gut sie bräuchten auch ein kaffee wahrscheinlich dann macht am besten kim danach geht sie nach hause und dann geht sie erstmal aufs klo vielleicht erst mal was essen diese putzfrau ne die hat wirklich irgendwie entweder hat sie so wahnsinnig viel zu tun oder sie ist einfach unfähig ach das ist musik ich hatte mich gerade erschrocken pilz omelette kann sie ja da mal essen dann vielleicht einen ja so ein kaffee mit schuss trinken heiß getränke servieren oder hier vielleicht mal weiße schokolade banane mit extra schaum das hört sich doch lecker an und danach muss sie mal unbedingt hier aufs klo und dann braucht sie unbedingt spaß wie bekommt sie denn gut einfach vielleicht mal ein bisschen fernsehen danach so und die gute emma ist jetzt hier du sollst den apfelbaum nicht abernten okay jetzt ist hier weiter ernten oh ja jetzt ernte noch schnell das süßgras ab dann ist noch schnell so einen kablonk und dann geht's ab in die uni wieder mein bauch der ist heute echt laut das ist doof okay gut dann ja geht das hier weiter warum will emma jetzt auf einmal die schreiben fähigkeit lernen um die fähigkeit wäre die fähigkeit sage ich die pflanze wäre vielleicht auch noch mal ganz gut denn das war wohl ein leckerer schokoriegel sich auf den bauch gedingselt hat das ist echt süß dann mache ich hier von mal auch noch ein foto das ist so ein bisschen so die öko tante emma oder so nein nicht öko tante aber rebellin die die kräuter gerne mag so so ist das schon viel besser so perfekt das ist echt ein hübsches bild da sieht sie gerade sehr glücklich aus drauf so und dann nehmen ja dann gehst du mal gleich besser in die uni wann jetzt los in einer stunde ja dann solltest du dich jetzt beilen ernte schneller schon gibt es nicht auch so eine herausforderung dass sie dann schneller abernten können wenn sie irgendwie eine bestimmte menge emma kann jetzt ungewöhnliche samen aussehen level fünf hat sie erreicht okay jeffrey dean hat kim tiso zu einer bevorstehenden lagerfeuer party eingeladen ich nehme es mal an wir müssen ja nicht unbedingt hingehen wahrscheinlich wird daraus nicht ganz so viel weil kim ja super müde ist und ich mache mal hier die musik wieder leiser denn das ist ja wieder super laut hier so jetzt genieße deinen ja von wegen alles erledigt hier brauchst auch nicht die betten zu machen sondern du sollst lieber den kack da ausräumen den dreckigen kram dann machst du das eben verdorbenes essen ausräumen am besten bevor du aufs klo gehst ja dann das klo benutzen und fernsehen kann sie ja auch unten aber wenn sie jetzt sowieso aufs klo geht dann kann sie auch hier fernsehen nicht einschalten das läuft denn da nach der kochkanal ja dann soll sie auch was anderes umschalten wenn sie fern gesehen hat hat sie jetzt den ganzen kram hier ausgeräumt ja jetzt sind da nur noch pilzomelett waffeln und hotdogs drin okay stimmt hier gibt es nämlich auch grills da hätte sie ja die eine aufgabe machen können die macht die war im letzten part den ich ja dann aber nicht den habe ich ja verworfen weil der war ja ein bisschen öde und dann hatte ich auch kein thumbnail und das ist dann nicht so schön wenn man das aus dem aus dem video nimmt weil ja natürlich ist der screenshot mit dieser schönen screenshot funktion bei sims schon viel viel besser ja hier wird macht gerade irgendjemand was mit der mikrowelle ich hab's piepen hören klarkent macht mal wieder hotdogs hier tofu hotdogs eigentlich müsste man die alle mal so ein bisschen umstylen ich weiß nicht soll ich die mal da reinpacken ja tofu hotdogs ach wer ist denn sie federika hagen okay ist die irgendwie eine neue mitbewohnerin jetzt setzt sich der gute klark hier zu uns und ich schalte mal hier um das wollte ich ja unbedingt auf sport universum das macht bestimmt viel mehr spaß anzuschauen und ihr sozial bedürfnis geht hoch das ist auch perfekt und immer muss ganz dringend aufs klo dann machst du das mal hier aufs klo gehen dann duschen und dann sollte sie vielleicht einen straßenkunstauftrag machen oder ja erst mal einen kaffee trinken ach nee sie kann doch hier hier wo waren die sie kann doch einfach diese bohnen essen das ist dann wie kaffee nur nicht mit zeit verbraucht zum trinken sondern einfach gleich gegessen und dann soll sie mal sie kann ja nur an rabbit nur nicht an rabbit hole gebäude nur an nicht rabbit hole gebäude sprühen oder sie macht ein bodengemälde und sie wünscht sich ja sowieso fünf bodengemälde zu machen deshalb geht sie mal vielleicht danach still leben skizzieren ja das können wir auch machen gerne dann geht sie mal einfach hier ins schwimmbad und sprüht dann gibt sie überhaupt platz für ein bodengemälde ja perfekt hier ist doch genug platz da kann sie dann wo ist denn ihr sprüh säckchen hier bodengemälde groß kommt hierhin perfekt ja und kim ist hier immer noch am fernsehen ich glaube ich beschleunige das mal ein bisschen oh gott sie ist sehr müde ach ja jetzt geht's zur party dann nee ich sag den ab anruf ignorieren ja an party teilnehmen nein danke das macht jetzt keinen großen unterschied ob ich hier wir können ja einfach mal mit dem lieben sie wollte ja ein liebesbrief an treu schreiben dann schick ihm ein liebesbrief und techtel mächtel techtel mächtel textnachricht das finde ich echt cool dass es das gibt nein aber wir werden ihm nur eine freundliche textnachricht schicken und die liebe kim dann auch schon fast ins bett schicken bald irgendwas wollte ich noch mit ihr machen ach ja sie sollte mal hier noch die radioschüsseln ausrichten das gibt vielleicht ein bisschen mehr wie nennt sich das vergessen wie es heißt was das so sie schickt den liebesbrief ein bisschen mehr leistung hier genau das wollte ich sagen ja hier ist alles supi das wollte ich doch gar nicht ich wollte doch hier zu kim switchen oh ja jetzt schreibt sie den liebesbrief schön zwischen tastatur und computer auf dem schreibtisch das ist schön so jetzt hat sie das getan dann kann sie doch mal hier den schuljubelruf üben und pilz umlett rezept lernen nö das müssen wir nicht zwölf freunde finden wie viele hat sie denn schon das kann man doch hier bei charisma sehen elf auch ja ja dann kannst du ja mal hier schnell den schuljubelruf üben und dann hier die radioschüsseln ausrichten das ist lustig dieses wie auch immer dieses geräusch heißt energie passé ja jetzt wird sie echt oh ich glaube sie fällt vor allem auch gleich in ohnmacht dann soll sie lieber einfach mal ins bett gehen und da hat es gerade laut gepiepst das war wohl der falsche kanal oder die falsche radio welle oder was auch immer dann machen wir schnell den schuljubelruf hoffentlich geht das noch schuljubelruf genau das war sogar schnell hinbekommen sie fällt gleich um wahrscheinlich kann sie jetzt auch auf dem boden schlafen nee jetzt geht es nämlich nicht mehr so komisch ich habe keine ahnung was das soll so dann zwölf freunde finden wen auch immer da suchen wir uns noch irgendeinen und machen am besten irgendwie noch mal eine party vielleicht am freitag nach der abschlussprüfung nach der ersten und ja emma ist hier am höchst so dass es diese bohne mit dieser wirkung genau kona hoch die geheimnisvolle kona bohne hat bei emma für einen echten energieschub gesorgt sie hat das gefühl durch wände laufen zu können durch wände sollte sie vielleicht nicht unbedingt laufen aber aber okay so dann mache ich hier mal noch ein foto dann haben wir sozusagen emma mal durch den durch den tag folgt kann man das so sagen wir sind emma durch ihren tag gefolgt ich dusche okay so dann hier ein schönes foto von emma während sie sprüht mit diesen komischen jetzt ist besser das sieht aus als würde sie angerufen werden und sie hat mundgeruch seht ihr das diese komische dreck atem oder so sieht ein bisschen eklig aus und sie hat kalt geduscht das natürlich auch nicht so schön so und sie braucht ein bisschen länger hier und das ist natürlich auch nicht ganz so gut dann soll sie danach mal unbedingt gleich schlafen gehen und ich glaube ich glaube ich werde schnell ihr zimmer umbauen und das hierhin packen ja und wir sehen uns dann gleich wieder wenn ich das gemacht habe so das ist jetzt hier emmas reich es gefällt mir eigentlich soweit ziemlich gut also da habe ich nichts dagegen immer kann unmöglich schlafen solange sie voller energie ist auch so stimmt ja das hatte ich ganz vergessen und kim schläft schon deshalb werde ich das hier jetzt mal einfach auf mobs geschwindigkeit schalten und ach das ist wieder das gleiche gemälde das finde ich ein bisschen schade dass man nicht aussuchen kann welches man welches sie malen soll und irgendwie sieht das aus als wären da die farben ausgegangen aber ich glaube das gehört so ja die energie ist passé perfekt dann können wir jetzt nämlich auch hier mit ihr schön schlafen gehen denn das muss unbedingt sein und candy malice und asala karam haben sich jetzt hier so in ein zimmer verbarrikadiert oder verzogen zum schlafen das ist doch auch ganz gut vielleicht hier bei dem ding die automatische beleuchtung deaktivieren ne feuer ausmachen ach dann ist das ding halt an das ist mir jetzt egal oh sie kann da sogar ein kraut drin verbrennen cool das soll sie dann mal am nächsten tag ausprobieren ich werde den part jetzt hier beenden ich hoffe er hat euch gefallen das war jetzt so ein bisschen ein alltagspart aber ich habe auf jeden fall thumbnails das heißt dieser part wird nicht weggelassen ja freut mich dass ihr bis hierhin dran geblieben seid und ja wenn euch meine videos gefallen dann lasst doch einen kommentar einen daumen oder ein abo da das würde mich riesig freuen und bis zum nächsten mal tschüss